Wenn ihr den ersten Teil über Piagets kognitive Entwicklungstheorie gesehen habt, dann wisst ihr, wie Menschen in den Augen von Piaget zur Erkenntnis gelangen und wie sich die Struktur der Intelligenz entwickelt. Jetzt behandeln wir die Chronologie, in der sich die verschiedenen Stufen der menschlichen Intelligenz herausdifferenzieren. Ich gebe euch erstmal einen kurzen Überblick. Piaget teilt die geistige Entwicklung von Kindern in drei bzw. vier Stufen ein. Die sensormotorische Stufe, die konkret-operationale Stufe und die formal-operationale Stufe. Innerhalb der Stufe der konkreten Operationen wird manchmal zwischen einer prä-operationalen Phase und einer konkret-operationalen Phase unterschieden. Das mache ich im Folgenden auch. Wir schauen uns also insgesamt vier Stufen der kognitiven Entwicklung an. Ihr werdet sehen, dass mit dem Sprung auf die jeweilig nächsthöhere Entwicklungsstufe eine Differenzierung stattfindet. Zwischen Stufe 1 und 2 löst man sich von seinen Bewegungen, zwischen 2 und 3 von seinen Wahrnehmungen und zwischen 3 und 4 vom Gegenwärtigen. Nachdem man sich von dem, in das man zuvor eingebunden war, gelöst hat, wird es in die Strukturen der nächsthöheren Stufe integriert. Die beschriebenen Stufen müssen von jedem Menschen durchlaufen werden. Keine der Stufe kann übersprungen werden und es gibt keine Abkürzungen. Der Entwicklungsprozess ist nach Piaget universell gültig und verläuft in die Richtung einer zunehmenden Fähigkeit zur Abstraktion. Trotzdem ist er nicht das Resultat eines inneren Bauplans, wie es Montessori nennen würde, sondern das Ergebnis einer Adaption von Subjekt und Objekt. Was über die Vorstellung der Entwicklung in Stufen außerdem deutlich wird, ist die Annahme Piagets, dass sich das Denken von zwei Personen, die auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen stehen, fundamental unterscheidet. Schauen wir uns jetzt die vier Stufen etwas genauer an. Zunächst zur sensomotorischen Stufe. Diese Phase dauert ungefähr bis zum Alter von zwei Jahren und kann als die Vorform einer Vorstellungsintelligenz angesehen werden. Mit der Bezeichnung sensomotorisch macht Piaget darauf aufmerksam, dass auf dieser Stufe Wahrnehmungen und Bewegungen maßgeblich sind. Die sensomotorische Stufe untergliedert Piaget in sechs Stadien. Das erste Stadium vollzieht sich im ersten Lebensmonat eines Kindes und ist geprägt durch die Übung angeborener Reflexe. Diese Reflexe versteht Piaget als Handlungsstrukturen, die nicht einfach als eine Reizreaktionsfolge aufzufassen sind, sondern sich auf verschiedene Situationen anwenden lassen. Beim Erproben der angeborenen Reflexe wird das Kind auf erste Unterschiede aufmerksam. So fühlt sich beispielsweise das Saugen an der Brust anders an, als das an einem Schnuller. Bereits nach einem Monat entwickeln sich die kognitiven Strukturen des Kindes entscheidend weiter. Das zweite Stadium, das sich über einen Zeitraum von etwa einem bis vier Monate erstreckt, ist durch elementare Gewohnheiten gekennzeichnet. Diese Gewohnheiten können zum Beispiel dann entstehen, wenn das Kind durch eine zufällige Handlung einen positiven Effekt erzählt. Stellt euch vor, das Kind hat Bauchschmerzen, es wird unruhig, bewegt unwillkürlich Arme und Beine und durch einen Zufall streicht es sich mit dem Handrücken über den Mund. Die Berührung an der Lippe löst den Saugreflex aus, der eine beruhigende Wirkung hat. Diese primären Kreisreaktionen, die sich ausschließlich auf den eigenen Körper beziehen, bestimmen das Denken des Kindes bis zum vierten Lebensmonat. Über die Monate vier bis acht erstreckt sich das dritte Stadium der sensomotorischen Stufe. Dieses Stadium markiert die Schwelle zur Intelligenz. Das Kind erkennt, dass es über eigene Handlungen Effekte in seiner Umwelt auslösen kann und ist damit dazu fähig, zwischen Mittel und Zweck zu differenzieren. Stellt euch vor, ein Baby liegt in seiner Wiege. Über der Wiege ist ein Mobile angebracht. Das Kind tritt gegen die Stäbe der Wiege und bringt dadurch das Mobile in Bewegung. In den kommenden Tagen stellt das Kind seine Entdeckung vermutlich immer wieder auf die Probe. Dass sich die ausgelösten Effekte nun nicht mehr nur auf das Kind selbst, sondern auf die das Kind umgebende Umwelt beziehen, spricht Piaget nun nicht mehr von primären, sondern von sekundären Kreisreaktionen. Über das vierte Stadium haben wir bereits im ersten Video zu Piaget gesprochen. Es erstreckt sich vom achten bis zum zwölften Monat, also in der Zeit, in der das Kind laut Piaget die Objektpermanenz ausbildet. Das Kind hat sich nun insofern von seinen Reflexen gelöst, als dass sie nicht mehr eins mit seinem Geist sind, sondern durch den Geist beherrschbar geworden sind. Es kam also zu einer, um mit den Worten Piagets zu sprechen, Dezentrierung. Das Kind hat gelernt, dass die Welt von ihm selbst unabhängig ist. Und jetzt gewinnen mit einem Mal auch die Objekte in seiner Umwelt eine Beständigkeit. Die Mutter ist nicht verschwunden, nur weil sie den Raum verlässt. Genauso wenig wie das Kuscheltier, das dem Kind auf dem Hochstuhl herunterfällt und damit aus seinem Blickfeld gerät. Robert Keegan, ein Entwicklungspsychologe, der in seinem Schaffen stark von Piagets Theorie geprägt wurde, schreibt hierzu sehr treffend, Erst wenn das Kind fähig ist, Reflexe zu haben, anstatt sie zu sein, wird es auch nicht mehr denken, dass es in der Welt dunkel wird, wenn es die Augen schließt. In diesem vierten Stadium ist das Kind dazu in der Lage, bereits gewonnene Einsichten auf andere Objekte zu übertragen. Damit meine ich nicht nur, dass dem Kind klar wird, dass auch andere Objekte auch dann noch existieren, wenn sie aus dem Sichtwelt verschwunden sind. Wenn Kinder eine Objektpermanenz ausgebildet haben, werden sie beispielsweise auch Hindernisse beiseite räumen, um an verschwundene Gegenstände zu gelangen. In diesem Zusammenhang spricht Piaget von sekundären Verhaltensschemata in Mittelzweckbeziehungen, da die Kinder, wie bei diesem Beispiel gezeigt, ein sekundäres Verhaltensschema, das Schieben, anwenden, um eine weitere Handlung, das Greifen des Gegenstandes, ausführen zu können. Wir hatten im ersten Video über die Ursachen der Entwicklung der Intelligenz und dann natürlich auch über den Faktor des Gleichgewichts, also über Äquilibration gesprochen. Da hatten wir uns das Beispiel mit dem Jungen, der eine Kuh als Hund bezeichnet und von seiner Mutter korrigiert wird, angeschaut. Die Äquilibration war hier durch die Adaption der kognitiven Strukturen als Folge von neuen Umwelterfahrungen möglich. In dem eben besprochenen Beispiel ist es insofern anders, als dass sich die Herstellung des Gleichgewichts auf die kognitiven Strukturen des Organismus selbst, nämlich auf seine Erkenntnisfähigkeit auf der einen und sein Wissen auf der anderen Seite bezieht. Das wollte ich an dieser Stelle einfach nur kurz ergänzen. Das fünfte Stadium beginnt mit der Vollendung des ersten Lebensjahres und erstreckt sich über circa sechs Monate. Das Kind entwickelt in diesem Stadium tertiäre Kreisreaktionen. Hier werden nicht nur wie in Stadium 4 bekannte Schemata miteinander kombiniert, sondern es werden darüber hinaus neue Schemata durch aktives Experimentieren entwickelt. In dieser Phase ist das Kind sehr explorationsfreudig. Es erkundet zum Beispiel, wie verschiedene Gegenstände fallen und wo sie aufprallen, welche Geräusche Gegenstände machen, wenn man draufhaut und so weiter und so fort. Dabei geht dann ganz gerne auch mal was kaputt. Auf die Phase der tertiären Kreisreaktionen folgt von anderthalb bis zwei Jahren die sechste und letzte Entwicklungsstufe des sensomotorischen Stadiums. Die Entwicklung der Vorstellungsfähigkeit. Bei den Erläuterungen zur Objektpermanenz haben wir ja gesehen, dass sich das Kind mit jedem weiteren Entwicklungsschritt mehr von der Welt, in die es zunächst komplett eingebunden ist, löst. Mit etwa zwei Jahren gelingt es dem Kind nun, Handlungen intern zu repräsentieren. Es gelangt also ohne aktives Experimentieren zu neuen Handlungsschemata. Und zwar dadurch, dass es Probleme durch inneres Experimentieren, also mithilfe seiner Vorstellungskraft, löst. Nehmen wir ein zweijähriges Mädchen, das einen Puppenwagen durch die Wohnung schiebt. An einer kleinen Schwelle zwischen zwei Zimmern bleibt der Wagen hängen. Das Mädchen rüttelt und drückt zunächst fester. Nachdem das nichts hilft, bleibt das Mädchen für einige Sekunden nachdenklich am Wagen stehen. Dann läuft sie an das andere Ende des Wagens und zieht ihn über die Schwelle. Das Mädchen hat ihr Problem gelöst und zwar durch logisches Denken. Der Intelligenzakt markiert den Übergang vom sensomotorischen Stadium hin zum voroperationalen Denken. Das Denken des Kindes ist in dieser Phase also von zwei bis sieben Jahren von zwei Aspekten geprägt. Zum einen entwickelt sich in dieser Phase die Fähigkeit, etwas durch Symbole und Zeichen zu repräsentieren. Zum anderen konnte Piaget zeigen, dass das Denken des Vorschulkindes noch stark von den Wahrnehmungen abhängig ist. Zunächst kurz zu den Symbolen und zur Sprache, die ja auch eine Symbolfunktion ist. Da Denken in Piagets Vorstellung zur Sprache führt, kann das Kind nun, dass sich die Vorstellungsfähigkeit ausgebildet hat, auf eine abstrakte Art und Weise mit der Welt umgehen. Es kann sagen, was es möchte, erzählen, was es erlebt hat. Außerdem kann es Gegenstände zweckentfremden. Ein Stock muss nicht einfach nur ein Stock sein. Er kann ein Schwert sein, ein Gewehr oder ein Zauberstab. Zur Entwicklung der Symbolfunktion ließe sich zwar noch mehr sagen, ich möchte aber auf die Wahrnehmung des Kindes und in diesem Zuge auf zwei Experimente Piagets eingehen. Im Verlauf der sensomotorischen Stufe hat das Kind den Schritt von der Eingebundenheit in die eigenen Bewegungen hin zur Beherrschung der Bewegungen vollzogen. Auf der Stufe des voroperationalen Denkens ist das Kind nun eingebunden in seine eigenen Wahrnehmungen. Die kognitiven Strukturen des Kindes sind noch nicht so weit entwickelt, als dass es ihm möglich wäre, eine Differenzierung zwischen sich selbst und seinen Wahrnehmungen zu vollziehen. Dies drückt sich beispielsweise dadurch aus, dass es Kindern in dieser Phase nicht gelingt, die eigene Aufmerksamkeit auf mehrere Merkmale einer Situation gleichzeitig zu richten oder einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Schauen wir uns hierzu zwei Experimente von Piaget an. Er zeigt einem Kind zwei Becher, die mit Wasser gefüllt sind. Das Kind soll nun die Frage beantworten, wo denn mehr Flüssigkeit drin ist. Das Kind wird antworten, es ist gleich viel Wasser in den Bechern. Nun schüttet Piaget vor den Augen des Kindes die Flüssigkeit des einen Bechers in einen schmaleren, dafür aber höheren Becher. Erneut wird das Kind gefragt, in welchem Becher denn mehr Flüssigkeit sei. Das Kind, das auf der voroperationalen Stufe steht, wird in Anbetracht des höheren Flüssigkeitsstandes sagen, ein Becher B' sei mehr Flüssigkeit. Warum denkt das Kind die Menge der Flüssigkeit habe sich verändert? Zum einen fehlt ihm das Verständnis von Invarianz. Es weiß also noch nicht, dass sich an einer Menge nichts ändert, solange man nichts hinzufügt oder wegnimmt. Zum anderen fehlt ihm die Fähigkeit, einen Handlungsschritt gedanklich in umgekehrter Richtung ablaufen zu lassen. Also die Flüssigkeit aus dem höheren Becher im Kopf zurück in den Ausgangsbecher zu schütten. Bei diesem Versuch zeigt sich, wie stark die Aufmerksamkeit des Kindes noch an die aktuelle Wahrnehmung gebunden ist. Das voroperationale Kind richtet sein Augenmerk ausschließlich auf die Füllhöhe. Der Umfang des Gefäßes bleibt unberücksichtigt. Die Eingebundenheit in die Wahrnehmung zeigt sich auch bei Piagets Drei-Berge-Versuch. Das Kind setzt sich vor ein Modell mit drei unterschiedlichen Bergen. Von seiner eigenen Perspektive aus hat es einen bestimmten Blickwinkel. Diesen soll es nun aus einer Auswahl von Fotos heraussuchen. Nun wird das Kind gefragt, was eine Person aus Position zwei und drei sehen würde. Das Kind soll also gedanklich die Perspektive wechseln. Dem voroperationalen Kind wird es nicht gelingen, die Aufgabe korrekt zu bearbeiten, da das eigene Weltbild noch zu egozentristisch ist. Die Perspektive, das Denken und auch das Fühlen anderer kann nicht berücksichtigt werden. Woran liegt es, dass das Kind diese Fehler macht? Wie sind die kognitiven Strukturen des Kindes in der Phase des voroperationalen Denkens beschaffen? Rufen wir uns hierzu nochmals die sensomotorische Stufe ins Gedächtnis. Das Kind hat hier gelernt, seinen Bewegungen gegenüber eine eigene Position zu entwickeln, um sie dadurch zu beherrschen. Eben diese Fähigkeit muss das Kind nun gegenüber seinen Wahrnehmungen entwickeln. Dass es noch vollständig in seine Wahrnehmungen eingebunden ist, wird durch die Fehlannahmen der Kinder in den eben gezeigten Experimenten deutlich. Die aktuelle Wahrnehmung ist für Kinder in der voroperationalen Phase das Maß aller Dinge. Die Welt hat für sie keine Beständigkeit, sondern sie ändert sich mit dem Moment, in dem sich die Wahrnehmungen der Kinder ändern. Damit liegt der nächste Entwicklungsschritt hin zu den konkreten Operationen auch schon auf der Hand. Diese Stufe wird dann erreicht, wenn das Kind sich von seinen aktuellen Wahrnehmungen lösen kann. Wenn es ihm gelingt, die Wahrnehmungen von unterschiedlichen Zeitpunkten zueinander in Beziehung zu setzen, sie zu koordinieren. Für das Experiment mit den Flüssigkeitsmengen bedeutet das beispielsweise, dass es dem Kind auf der Stufe der konkreten Operationen gelingt, die Wahrnehmung von dem Zeitpunkt, zu dem die Flüssigkeitsmenge sichtlich identisch war, mit dem Zeitpunkt, zu dem sie sich scheinbar verändert haben, zueinander in Beziehung zu setzen. Da zwischen den beiden Zeitpunkten keine Flüssigkeit dazu kam oder weggenommen wurde, ist dem Kind klar, dass immer noch gleich viel Wasser in den Bechern sein muss. Die Welt ist nun nicht mehr so, wie sie durch die aktuelle Wahrnehmung erscheint, sondern sie ist gewissen Gesetzen unterworfen und somit beständig. Das ist womöglich auch der Grund dafür, warum sich Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren so sehr für die Beschaffenheit der Welt interessieren. Sie erfragen die Extreme der Welt, wollen über Ursache und Wirkung Bescheid wissen und interessieren sich für Fakten. Durch diese Fragen wollen sie sich ein Bild von der Welt machen. Das alles tun sie auf Grundlage des aktuellen Subjekt-Objekt-Gleichgewichts. Sie können also nun ihre Wahrnehmungen zueinander in Beziehung setzen, sind aber immer noch an die gegenständliche Welt und somit an das Konkrete gebunden. Nehmen wir mal an, ein Kind auf der Stufe der konkreten Operationen beschäftigt sich mit der menschlichen Hand. Es kann die äußeren Merkmale der Hand untersuchen und beschreiben, interessiert sich dafür, wie groß die größte, wie klein die kleinste Hand ist, kann sich mit dem Aufbau der Hand, also mit den Muskeln, Sehnen, Gelenken auseinandersetzen, erkennt Ursache und Wirkungszusammenhänge wie, wenn ich keine Muskeln in der Hand hätte, dann könnte ich sie nicht bewegen. Das alles kann das Kind. Mit Blick auf die nächste Entwicklungsstufe ist aber auch von Interesse, was das Kind noch nicht kann. Es gelingt den Kindern auf der Stufe der konkreten Operationen nicht, sich von ihren eigenen Denkvorgängen zu lösen. Beispielsweise wäre ja auch von Interesse, warum die Hand genau so aufgebaut ist, wie sie es ist und nicht anders. Oder warum sich das Kind ausgerechnet so sehr für die menschliche Hand und nicht für Reptilien interessiert. Solche Überlegungen, also wenn es Kindern beziehungsweise Jugendlichen gelingt, sich Gedanken über die eigenen Gedanken zu machen, sind der Stufe der formalen Operationen zuzuordnen. Interessant ist auf dieser Stufe also nicht mehr nur das, was ist, sondern vor allem das, was hypothetisch sein könnte. Ein Kind, das formal operiert, kann Hypothesen aufstellen und kann sich Gedanken darüber machen, wie diese Hypothesen systematisch geprüft werden können. Es interessiert sich vor allem für solche Fragen, die dem Metaphysischen, dem Nicht-Erfahr- oder Objektiv-Erkennbaren zuzuordnen sind. Kinder erreichen diese Stufe etwa im zwölften Lebensjahr und haben sie im Alter zwischen 14 oder 15 Jahren beendet. Diese Phase stellt den Übergang vom Handeln zum Denken dar. Wunderbar, damit wisst ihr jetzt auch über die geistige Entwicklung von Kindern Bescheid. Wenn ihr nochmal was nachlesen wollt oder euch für die Quellen interessiert, die diesem Video zugrunde liegen, dann werft einen Blick in das Skript. Den Link zum Download findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch für weitere Theorien zur menschlichen Entwicklung interessiert, dann werft gerne einen Blick in diese Playlist zum Thema. Wie immer an dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.